Alles mal herkommen! Ihr seid mir vielleicht eine Rasselwatte. Ihr habt euch nur ins Bett gelegt, um die Schule zu schwätzen. Nein! Unser Doktor ist der Beste. Das sind ja ganz reizende Kinder. Jetzt weiß ich auch, was ich mit der Kinderstation wollte. Das hab ich ja gar nicht gewusst, dass man mal in die Kinderabteilung aufgeben will. Prima! Freust du dich? Ja, natürlich! Leg dich mal zurück. Tut das weh? Nein, ich bin gitzlig. Das vergeht schon wieder. Ach, das ist dein Wort. Sie sind ein Doktor. Ein richtiger Doktor. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Unser Doktor ist der Beste. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor. Bitte? Danke. Gern geschehen. Nicht stören lassen, nicht stören. Lass immer weiter wischen, weiter wischen, weiter wischen. Jawohl, Herr Doktor. Immer wischiwaschi, 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 wischiwaschi. Nun werde ich mal zeigen, wie die Bremsen funktionieren. Ich werde es Ihnen beweisen. Karatella ist nichts. Und jetzt bremsen. Wo bin ich? Hinlegen, sonst werden Sie mich kennenlernen. Würden Sie mir bitte liebenswürdigerweise verraten, wo ich bin? Noch nicht im Himmel. Hoffentlich bleibt Waldemar eine Weile in der Klinik. Er braucht mal einen richtigen Erholungsurlaub. Tschat-tschat-tschat-tschat-tschat-tschat-tschat-tschat-tschat-tschat-tschat. Wenn du nicht sofort abhaust, dann kriegst du von mir ein paar Ohrfeigen, dass du dich selbst nicht wiederergennst. Oh, schönen guten Morgen. Was machst du denn hier? Ich suche mir einen Mann fürs Leben. Da, 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 da. Prost, Ex, Weg. Sag mal, Horte, was hast du denn da eigentlich wirklich reingemacht? Ein bisschen Diesel, ein bisschen Tabasco, ein bisschen Paprikasauce. Ich bin so gern bei dir, bei dir für alle Zeit, ruf du mich. Die Wabbe, die Wabbe, die Wabbe, die Wabbe, die Wut. Ein Holzschuh mit Segel, wie herrlich das Licht. Dann ging's auf die Reise, weit fort übers Meer. Ich hab' Ihnen doch gesagt, dass Dr. Sommer nicht zu sprechen ist. Was will denn die Frau vorm Chef von Dr. Sommer? Merkwürdig, dass du dich plötzlich für diesen Sommer interessierst. Was hat sie denn? Wahrscheinlich verliebt. Da spinnen doch alle Erwachsenen. Auch hier immer wieder Ärger mit den Paukern. Aber die Lausbuben treffen stets ins Schwarze. Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Die Sonne, der Mond, die Sterne, die Sterne, die Sterne, die Sterne, die Sterne. Wir wiederholen. Das sag' Ihnen, der Mond und Sterne, sagen aus der Ferne, denke daran. Roy Bleck, nicht nur der Liebling seiner kleinen Patienten, bestimmt auch ihr Liebling, denn unser Doktor ist der Beste.